Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses süße Blümchen-Nagel-Design für euch. Alles was ihr dazu braucht sind Orange, Weiß, Gelb, Gold, einen schmalen Pinsel, ein kleines und ein mittelgroßes Dotting-Tool sowie Striping-Tapes. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir jetzt alle meine Fingernägel in dem Orangeton lackiert, außer den Ring- und den Mittelfinger. Diese beiden Finger klebe ich jetzt mit den Striping-Tapes ab und zwar jeweils eine schmale Fläche außen an den beiden Nägeln. Und dann nehme ich den schmalen Pinsel und das Orange und male mir die schmale Fläche aus und ziehe direkt, bevor der Nagellack trocknen kann, das Striping-Tapes wieder ab. Jetzt nehme ich das kleine Dotting-Tool und Orange und setze in die weißen Flächen Blümchen rein. Mit Gelb und dem kleinen Dotting-Tool setze ich noch einen Punkt in die Mitte jeder Blüte. Als nächstes nehme ich das mittelgroße Dotting-Tool und Gold und setze an dem Übergang zwischen dem Weiß und dem Orange eine durchgehend gepunktete Linie. Zum Abschluss setze ich mit dem mittelgroßen Dotting-Tool und Gold noch auf jeden der orangefarbenen Fingernägel einen Punkt unten. Und so sieht das fertige Nageldesign dann aus. Ich finde das Nageldesign total süß und es ist auch ganz einfach nachzumachen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr keins meiner weiteren Videos verpasst. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.